Magic Moments oder zu deutsch magische Momente. Genau das verspricht die Band Zufallsexperiment bei ihrem Konzert in Hudsonport. Die Musiker von der Mosel spielen zugunsten der Aktion Herzenssache. Das Benefizkonzert in der alten Abfüllhalle Paulis wird dabei durch den Chor Singsucht aus Ochtendung und die Koblenzer Sängerin Leslie Wilbert unterstützt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden für die Hilfsaktion Herzenssache von SWR, SR und Spardabank werden gesammelt. Diese unterstützt Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017